So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Soft Park. Okay. Ich habe jetzt ein bisschen was gelesen hier, was wir noch ein bisschen hier machen können. Und zwar ist das erste, was wir machen. Wir gehen da nach rechts. Wir müssen nur auf die Karte öfter schauen. Nämlich wir müssen den Typen sagen, dass wir eigentlich alle Banner zerstört haben. Und dann haben wir wieder eine Quest. Erfolgreich abgeschlossen. Und danach gehen wir zu Randy. Da können wir dann auch eine Schnellreise machen. Wir müssen allerdings zu Kiles Haus. Kile, 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 Kile. Da ist er. Und irgendeiner wollte das ja. Dass wir diese komischen Banner da, die ich die ganze Zeit zerstört habe, dass wir die halt zerstören. Ich wiederhole mich. Und das wäre halt dann ein Quest Ende. Schauen wir mal. Ob das auch wirklich so wahr ist. Irgendeiner mit so Schlamm im Gesicht. Der da da. Unsere Territory ist zerstört. Ich bin erheblich, dass Sie Freunde haben, Dragonborn. So, Quest erfüllt. Wiederherstellung des Gleichgewichts. 45 Freunde. Oh, perfekt. Unser King may trust you, but that doesn't mean I have to. Hey, you want to go to the ranch? Maybe I can finally get that, get that flu. You want my help? Then you shall have it. Don't let Cartman use you. So, jetzt machen wir eine Schnellreise. Sonst müsste ich das alles zu Fuß gehen, da. Und zwar gehen wir zu Randy. Und ich hoffe, dass das jetzt das Letzte ist, damit endlich diese Gothic Kids zu uns kommen. Ich kann ja nicht sein. Ich habe Kaffee, Zigaretten, das komplette Outfit und habe jetzt eigentlich... Oh, schaut es euch mal da an. Die ignorieren das auch noch. Und dann gehen wir es mal an, oder? Kommt her, ihr scheiß Nazis. Und wir machen gleich mal den hier. Das macht viel Schaden. Das müssen wir nochmal aufwerten. Komm schon. Boots. Einer ist weg. Alter. Macht der den Hitlergruß, Alter, der Wichse. Scheiße. Ja, scheiße, gell? Autsch. Ach, du Leber. Okay, ich mache da überhaupt keinen Schaden. So, einmal drauf und dann ist er weg. Mein Unlebe. Ja, das ist ein Kind, der alle diese Freunde macht. 10 Cent sind besser als 0 Cent. 35 Cent. Na bitte. Insgesamt 45. Ja, euer Herzfehler kann auch rechnen. So, Randy. Grüß dich! You're gonna just blow up three blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the ride? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you want it now of you with the PTA. Nice. I'll send it to you. Just because I'm your friend now, doesn't mean you get the score. That's the last time Taco Bell fucks with the PTA. The PTA will call on you. The PTA will call on you, should we need you again. You did very well today, young man. Kyle is so lucky to have so many nice neighbors. And now I'll have all of you on Facebook. Hehehehe. Friends, I'm after a lot. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Go, go, go. We're coming forward. We're coming forward. Na 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 na. Wie, na 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 na. Ich will jetzt nicht mehr. Komm, man kann auch kämpfen da. Warte jetzt, ich aktivier das schnell. So, 5 neue Freunde. 49 insgesamt. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. So, aber die Ausrüstung müssen wir, glaube ich, jetzt noch anbehalten. Wegen den Coffee-Kinder. Und jetzt haben wir auch das Foto. Ich hab das nicht gelesen, dass sie ein Foto wollen. Ah. Also es ist auch nicht da gestanden unter den Quests. Es steht nur... Ah, ich weiß jetzt nicht mehr. Aber es steht nix mit Fotos dabei. So. Woah. He did it. Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo. But can you dance, goth? Was tanzen? Less enthusiasm. Holy fucking bullshit. That's not how you drink coffee. Woah. Woah. What do you think? He's pretty goth. He's pretty goth, right? Yeah, that was pretty good. I felt his pain. Alright, new kid. You've officially proven yourself. Yeah, just tell us where you need us and we'll be there. Boom, 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 boom. Wir haben's geschafft. Wir haben's fertig geschafft. So, was muss ich machen? Zurück zur Cartman, oder? Okay. Dann schauen wir gleich auf der Karte nach. Wir aktivieren das. Vier neue Freunde dazu. Perfekt. So, wir gehen auf Questy. Questy, 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 Quest. Ja, da fehlt mir noch ein Sandler. Wo der allerdings ist, weiß ich nicht. Ja, das mit diesem Farmer. Weiß ich nicht, ob wann der kommt. So, wo ist denn das? Hier, okay. Das ist eigentlich immer nur geradeaus. Gibt's da eine Schnellreise eventuell? 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 Eventuell, eine Schnellreise. Ich glaub schon. Immer mal raus. Dann lassen wir's laden wieder mal. Aber ich bin froh. Endlich hab ich das mit den Goffi-Kindern geschafft. Endlich. So. So, schauen wir mal. Da ist ne Fahne, da ist ne Fahne. Okay. Keilshaus und Cartmanshaus. Okay. Dann gehen wir zu Cartmanshaus. Ich bin gespannt, ob Satan auch vorkommt. Irgendwann einmal. Ah, du hast zurückgekehrt. Komm, Herr Dueschbeck. Es ist Zeit, um unsere Fahne zu besuchen. Einfach nennen sie hier und deine Dedication zum Koopa-Kaip wird komplett sein. Steige auf den Turm. Okay. Ich bin froh. 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 Bethesente. Ich bin froh. Natürlich! Kyle hat es in seiner Tasche gelegt. Die Bürger der Koopa-Keep, wir wissen, wo die Elbe den Stich schlafen. Ich sagte dir, dass sie schlafen. Jetzt gehen wir auf die Schuhe und machen die Halle mit Elben Blut! Bei der Schule. Die Elbe sind auf der alten Jäu-Trücke! Find einen anderen Weg in! Geh die Barrikade von der Hände! Oh, Cartman, sehr gut! Kann ich da mitkämpfen? Nein, kann ich nicht. Wahrscheinlich muss ich wieder hinten durch. Token heißt der Schwarze! Da! Das habe ich irgendwann einmal gefragt. Wie der Schwarze heißt. Token! Wahrscheinlich muss ich hinten rein jetzt. Und es ist Nacht. Jetzt kriegt man wieder Hausarrest wahrscheinlich von den Eltern. Uh, looten! Das ist sehr nett. Vielen Dank! Dass ich da reinkomme und ich darf looten. Die rennen da alle in der Schule um und um. Au, ich habe meinen verdammten Ankleid. Mann, es tut wie Scheiße! Ja, ja, ich rede gleich mit euch! Aber brav, Coffee Kids! Sehr, sehr brav! Zeig ihnen, was Sache ist! Wir haben den Weg von der Tür. Deine Welt ist das, mein Herr! Ich mache den Rest! Ich bin das! Zerstöre deine Welt! Ich bin vernichtet! Zerstörst von Welten! Okay, Butters! Das ist dein Turn! Ja, Herr Butters! Von mir, Butters! Heil ihn! Ja, er ist ein Freund! Hey, ich bin heilt! Außer auf der Mitte! Wir lockten ihn, damit niemand mehr rein kann. Hier! Wir sind ja jetzt schon Stufe 11! Da wir irgendetwas gibt... ...was besser ist. Zum Beispiel das hier! Haha! Die Bärenkraule! Oder was auch immer das ist! So! Ja, Rüstung oder nicht, ich weiß nicht! Ich nehme einmal die SWAT-Ausrüstung! Die ist Level 8, nämlich! Und wir gehen noch auf die Fähigkeiten! Das kann ich jetzt nicht mehr aufwerten! Leider Gottes! Die Davidschreuder? Nein, warte jetzt! Das da da will ich aufwerten! Das sind diese mythischen Plagen oder wie auch immer! Das ist auch nicht so schlecht! Können wir auch einmal aufwerten! So! Und wir hauen uns rein! Geil! Wenn du in der Geburt bist, du kämpfst für einen Tyrant! Aber ich weiß, dass es dir gut ist! Stopp kämpf für deinen schweigen Herrn! Freue dich von seinem Kontrollen! Komplettored Anscheinend hätte ich mich vorher entscheiden können, ob ich zu Cartman oder zu Kyle gehe! Bin zu Cartman gegangen! Auch freiwillig! Nämlich Cartman ist mir beim Arsch lieber als Kyle! Ich mag den Typen extremst! Der ist so intelligent! Das ist ein Mist hier! Diese Elke sind verrückt! Oh, ich vermisse diese Schokolade-Seltybox! Oh, ich vermisse diese Schokolade! Das hier gibt's noch? Okay. Irgendwo muss hier weitergehen. Oh, ja, du hast den Scheppern gebrochen! Geh dir! Oh, scheiße! Den auch looten, bitte! Danke! Ich will nicht sterben! Das tut mir leid! Du bist tot! Muss ich wahrscheinlich rund um Adum gehen? Mann, mach einfach mein Lunchgeld! Das ist heiße Lava, du sterben jetzt! Oh, das ist nicht gut! Ah, wie komm ich denn da jetzt wieder rauf? Oh, scheiße! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Wir haben das verdammt! Oh, oh! Oh, oh! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Oh, okay! Noch ein'er! Ich will nicht sterben! Ich weiß nicht, wenn man das ist! Ein'er! Der ist das erste Mal nicht down. Das erste Mal ist er nicht down. Was ist das? Professor Chaos. Auf ihn bitte. Let's see how you like healing with me. He-he-he-he! He-he-he-he! He-he-he! He-he-he-he! He-he-he-he! Das macht nur einen Schaden trotzdem. Das ist nice. Okay, passt. Boah! 600 gegen leichte Rüstung. Aber er lebt trotzdem noch, der Wichser. Er lebt noch immer. Okay, gut. Wir müssen einen schweren Schlag ausführen. Anders geht das nicht. So, jetzt haben wir's. So, looten, looten, looten. Okay, schon wieder was, ein neues. Unglaublich, was da alles gibt. Aber was, wo, wozu ist dann das da? Ich kann da gar nicht drauf. Ich kann da gar nicht drauf. Das ist unlogisch. Aber okay. Wir gehen weiter. Okay, die kämpfen da oben auch noch. Wir können nur unten gehen. Ach, nicht schon wieder. Ach. Ah. Aber, gar nicht mit dem Faden runter, aber you'll kill us. Nein, ich wollte den noch looten. Oh, das ist gut. Da, das ist Cut, man. Es ist etwas in der Gou. Es ist... Es ist... Einen schönen Tag, alle Zeit! Ah! Das grüne Gou macht den Gingern-Hallway-Monitor sogar lehmer! Ja! Ups! Darf ich auch? Vielen Dank! Soooo! Wir massakrieren dich gleich mal da. Wir schneiden den jungen Nazi. Wutz, wutz, wutz! Komm her, Butters! Mach das noch mal, das war cool! Wir sehen, wie du es mit mir gefühlt fühlst. Schau! Chau! Schau! 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 Mal sehen, wie du es mit mir gefühlt fühlst. Der ist tot. Passt. Und jetzt... Okay, die haben beide. Boots. Sehr gut. Geh das! Mein Unleben! Eine Flasche Wasser. So, wir machen diesen Diskus. Die David Schleuder. Nein! So, sein Schild ist weg. Und jetzt auf Butters. Scheiße! Ja, scheiße, gell? Boah, ich finde das cool. Ich darf jetzt hier auch schimpfen, nämlich. Und BOOM! Ja, um Gottes Willen, gell, du Wichser. Mein Gott! Uh, das war ein kritischer Treffer. 600. Gut. Heiliger Hammer! Okay. Weg mit dir, du Ratte. Nimm alles mit, da. Weg mit dir. Und bleibts ja liegen. Scheiß Nazis. So. Gibt's irgendwas zum Looten? Scheint nicht so. Dann gehen wir durch die Tür. Boom. Okay. Schaut mir wieder nach Rätsel aus. Wie ich das hasse. Schönen Tag. Ich bin nur ein lost German-Exchange-Student. Okay. Wir gehen kurz rauf. Das können wir da oben aktivieren, anscheinend. Okay. Schönen Tag. Schönen Tag. Mein Unleben. Das ist mal der erste, den wir da ausgeschalten haben. Jawohl! Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Ich wollte sie eigentlich herlocken. Ich habe mir gedacht, dass dieser Schalter irgendwas anderes bewegt. Aber ist ja egal. So, gehen wir los. Wow, komm jetzt. Herzfehler. Geht ja. So, wir machen den Diskus. Die David-Schleuder. Los geht's. Rückzug? Genau, ja. Verpiss dich. Nein, den wollte ich nicht. Den wollte ich. Der schaut echt geil aus. Let's see how you like killing with me. Jawohl, die Blitze. Nein, 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 nein. Sehr gut. Gut gemacht. So. Wir machen nochmal diese... Nein, wir beschneiden sie. Haha. Den oberen, damit er anfängt zu bluten. Scheiße. Sehr gut. Und den dreschen wir jetzt nieder. Oh mein Gott. Ja, genau. Aber das Bluten, das holt dich wieder runter. So, David-Schleuder. Perfekt. Perfekt. So, looten. Schon wieder. Irgendwas mit Robe. Müssen wir uns dann anschauen. Für welches Level das ist. Alter, es gibt so viele Wege hier. Weg mit dir, du Ratte. Ja, David? Okay. Wir können jetzt rauf gehen und da runter, nach hinten gehen. Schauen wir mal da nach hinten zuerst. Ah, schaut's. Das ist auch... Ähm... Die Folge mit den Läusen ist das. Und Kenny hatte halt die Läuse, weil er arm ist. Eigentlich hatte sie jeder. Lauter Serie. So, gibt's hier sonst noch was zum Looten? Das war's. Mehr gibt's hier drinnen nicht. Okay, vielleicht muss ich dann später nochmal zurück. Nämlich da muss ich irgendwas aufmachen. Aber das hab ich noch nicht. Neue Nachricht von Cartman. Ja, jetzt nicht. So, was uns aber allerdings hinter dieser Tür erwartet, das sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zusehen.